Hallo, hier ist der Martin von Meinem und Chris, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 16.04.2024 und so wie der junge Mann hier durfte der eine und andere wahrscheinlich heute früh auch ins Spiel geguckt haben, als der DAX reingekommen ist, denn das war entgegen der Erwartungshaltung, denke ich mal, von all denjenigen, die am Wochenende in die Nachrichten reingeguckt haben, die nicht reingeguckt haben, die werden zu sagen, warum war das so besprochen, wir wollten hoch, dass er hochkommt in die 1789, 18.000 und 1880, um dann Montag, Dienstag mal einen Ausbruch hier oben schon mal zu probieren, das hat er schon getan, er hat sich mal draus getraut, aber bei mir liefen hier die Benachrichtigungen und die Mails heiß am Wochenende, weil ich die Analyse schon am Samstag gemacht hatte, so nach dem Motto, Martin, 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 du hast doch die Nachrichten gar nicht gesehen, du musst doch deine Analyse überarbeiten, manche haben sich richtig lustig gemacht, so nach dem Motto, warum ich die nicht einfach Sonntagabend mache oder grundsätzlich, warum ich denn die Nachrichten hier außen vor lasse, bin noch bekloppt so ungefähr, das überlasse ich jedem, wie er da umgeht, ich glaube immer, wie man sich gegenüber anderen verhält, so verhalten sie sich dann auch einem gegenüber, aber das müsst ihr für euch wissen, ob ihr das nötig habt, auf einer derartigen Weise miteinander zu kommunizieren, ich brauche das nicht, deswegen mache ich das auch nicht, mache mich da auch nicht lustig, über das, was da jetzt gekommen ist, aber ich möchte einfach nur noch mal eines klarstellen, ich mache eine technische Analyse, die technische Analyse trennt sich klipp und klar von der fundamentalen Analyse und von, ich sage mal auch konjunkturbezogenen Wirtschafts-, Finanzmarktanalysen, also ich als technischer Analyst, ich bin ja auch zertifizierter technischer Analyst, ich habe sogar eine Zertifizierung dahingehend noch gemacht, das ist man schon gewissermaßen auch verpflichtet, sich an so ein paar Grundregeln zu halten und die oberste Grundregel bei der Charttechnik ist halt, dass wir unterstellen, dass wir das Verhalten der Marktteilnehmer im Chart auslesen können, anhand dessen, wie schnell oder wie langsam sie in welche Richtung, über welche Kursniveaus ihre Position drücken, treiben, schieben, machen und wie die Bewegungsabfolge passiert, das heißt, als charttechnischer Analyst muss ich persönlich komplett die Nachrichten nach außen vor lassen, sonst mache ich meinen Job nicht richtig, wenn ihr jetzt sagt, hey Martin, du musst doch die Nachrichten mit einbeziehen, damit du mir eine gute technische Analyse machen kannst, dann ist das eigentlich eine falsche Erwartungshaltung, denn stellt euch vor, ich würde die Nachrichten mit einbeziehen, stellt euch vor, ich würde mich am Sonntag hinstellen und sagen, vergesst die Analyse, die ich gemacht habe, vergesst alles, was ich gesagt habe, in Israel ist neuer Krieg, ihr müsst jetzt short gehen, direkt den ersten Kurs, der am Montag kommt, geht da rein, die ganze Welt wird brennen, ihr müsst unbedingt euch absichern vor weiteren Tiefs, der Markt wird garantiert auf 17400 passieren, dann würde meine technische Analyse völlig am Arsch vorbei sein, also was wäre das dann, das wäre kacke, wollt ihr das? Und ich glaube nicht, dass ihr das wollt, aber es wird an solchen Tagen immer wieder von mir eingefordert und deswegen möchte ich dahingehend einfach nochmal ein bisschen sensibilisieren, für diejenigen, die da eben immer so getriggert werden, dass ihr euch das wirklich bewusst macht, ihr könnt ja Nachrichten gucken und ihr könnt die auch für euch bewerten, aber ihr müsst es ergänzen, wenn ihr es denn überhaupt betrachtet, ihr müsst es ergänzend zu dem hinzuziehen, was ich mache, denn ich muss ganz konkret sowas außen vor lassen, ich darf es nicht einbeziehen, denn das wird meine Meinung verfälschen und ich muss meine Meinung anhand der Kerzen bilden, die ich sehe und muss daraus werten, was der Markt und die Marktteilnehmer hier machen und dann kann es sein, dass es mit Deutschland komplett den Bach runter geht und der Markt trotzdem nach oben eskaliert und neue Hochs macht oder anders, wir kommen in ein absolutes wirtschaftliches super high, total geil, super toll, ja und der Markt bricht nach unten ein, das haben wir zum Beispiel 2015 gesehen, ja als die EZB angefangen hat, QE, richtig Geld in den Markt zu schwemmen, ist der Markt ein komplettes, ja, komplett zurückgefallen und das sind einfach immer wieder so Sachen, wo ich sage, es bringt mir auch gar keinen Vorteil, wenn ich drauf gucke, auf die Nachrichten und erst recht nicht, wenn ich mich Kürre machen lassen soll, so komme ich besser zurecht, der Markt ist in die Marken gelaufen, die wir haben wollten er hat den Ausbruch probiert, hat schon mal an der 200 durchgesprochen und hat jetzt sein erstes höheres Hochgesprochen und es hat auch jemand gesagt, Martin, du bist mal viel zu positiv rückwirkend betrachtet war das, glaube ich, nicht verkehrt, hier dem Markt nach oben Luft zu geben aber meine Analyse war nicht rein positiv, ich habe dem Markt auch durchaus die Chance gegeben, unten rauszugeben wir haben darüber gesprochen, was müsste der Markt machen, um weiter zu fallen, wo wären die nächsten Anlaufstationen und so positiv waren die gar nicht gewesen, ja, also ich versuche neutral für euch auf beiden Seiten das darzustellen, was ich sehe und ich kann nur empfehlen oder raten, das auch so zu werten und so für euch zu nutzen, ja, und vor allem nicht zu versuchen, das zu beeinflussen indem ihr dann meint, ich mache das in dem Moment gerade nicht richtig und müsste das dann alles überarbeiten und so machen, wie ihr das jetzt gerade gerne hättet, denn dann bin ich nicht die neutrale Instanz, die euch was zuarbeiten kann, die euch helfen kann ja, wenn ihr mich versucht zu beeinflussen, dann, um mir eure Meinung quasi aufzuleben dann bin ich doch nicht mehr der neutrale Berichterstatter, der euch eben auch das zeigt, was ihr vielleicht nicht gerade seht zum Beispiel, dass der Markt aus so einer Situation eben auch sehr, sehr leicht wieder nach oben zurückgekauft werden kann und genau das haben wir gesehen und der Markt ist halt noch, nein, nein, schon, wir sehen das ja an den abverkauften Kerzen, er ist ja noch auch in der Abwärtstrendbewegung er hat aber jetzt tatsächlich ein erstes höheres Hochgesetz und das ist auch wichtig jetzt für den Dienstag, ist das auch wichtig sollte, dabei, wie er hier jetzt mit den Tiefs umgeht, sollte unser DAX nämlich jetzt hier von einem Tief von 8,60 oder als Verkeilungsabschluss, Bewegungswellenabschluss hier unten von, warte, ich lege es gleich ran, ja, wir haben einmal auf der 800 und wir haben einmal auf 8,60 zwei wichtige Punkte, bei denen müssen wir sehr, sehr genau hingucken weil wenn der Markt hier unten draufsteht, entweder auf die 8,60, das wäre eigentlich das gefährlichere von beiden, würde er ein erstes höheres Tief ausbilden, wenn er sich dann stark nach oben reaktiviert und hätte danach auch wieder ein höheres Hoch ausbilden, weil dann würde sich der Trend drehen ja, äh, auch weil dann die Abwärtstrende die brechen würde, wenn er jetzt wieder hochgeht aber eben auch, weil dann die Hoch-Tief-Folge sich dreht von, ähm, immer fallenden Tiefs, die wir die ganze Zeit hatten und fallenden Hochs, die wir die ganze Zeit hatten, ja, hier sind die Hochs die ganze Zeit abfallend hier sind die Tiefs abfallend und jetzt haben wir das erste Mal ein höheres Hoch gekriegt das heißt, das hat durchaus das Potenzial rauszudrehen oder hier so einen weitenden Keil zu machen das sehen wir ja auch oft als Abschluss und die beiden Marken, die dafür wichtig sind, ist die 8,60 und die 800 das heißt für die Analyse, um die für euch zu nutzen könnt ihr euch am Dienstag hinsetzen und könnt gucken, wie verhält sich der Markt an der 8,60 wie verhält sich der an der 800 und wenn ihr seht, dass er dort richtig krass nach oben anfängt zu schieben, dann müsst ihr dem wieder Platz geben, rein in die 17,89, 800 rein in die, ja, 18,80 und auch rein wieder bis hoch, sogar zu 18,200 das schafft er dann wahrscheinlich am Dienstag noch nicht aber zum Mittwoch ja, und von daher ja, ähm, der Markt ist erstmal noch in seinem in seinem, in seinem, in seinem Korrekturmuster stand jetzt, ist es noch so eins das ist kein Abwärtstrend oder keine trendige Bewegung es ist eine sehr korrektive Bewegung auch sowas kann noch eine trendige Bewegung werden aber er erfüllt ja alle Bedingungen dafür noch nicht und eine der wichtigsten Bedingungen wäre hier zum Beispiel dass wir unter der 17,800 rausfallen da haben wir auch schon drüber gesprochen hier, ja also, so wie zum Thema meine, meine Analyse ist zu positiv meine Analyse ist positiv, weil wir uns ja noch in diesem positiven ähm, Szenario bewegen und der Markt quasi noch in diesem in dieser, ähm, ich sag mal in diesem Trendfortsetzungsmuster steckt was eben, wenn es wirklich bloß hier oben jetzt so steht und nach oben aufgelöst wird einfach bloß eine scheiß Flagge war ja, und das ist alles technisch definiert das denke ich mir nicht aus, ja, das ist das ist ein Lehrbücher und das wird so vermittelt ähm, das ist Basiswissen, Deutsch, Englisch egal, in den USA, wo auch immer du dich zum technischen Analysten ausbilden lässt ähm, sind das Basisinstrumente, die du mit an die Hand gelegt kriegst ja, also das, das suche ich mir nicht aus oder das ist nicht eine, ein, ein persönliches Empfinden oder eine irre Leitung wie es der ein oder andere vielleicht manchmal äh, wahrzunehmen glaubt das ist halt einfach die Einschätzung und die müsste von jedem technischen Analyst, der drauf guckt so auch sein, weil das ist ein bullisches Muster natürlich kann das nach unten auflösen aber dafür brauchen wir eben noch ein bisschen und dann muss der DAX auch erstmal eine trendige Bewegung wieder etablieren die ist es ja noch nicht das ist zu korrektiv durch diese starken Gegenbewegung ja, also er müsste unter die 17800 fallen und das deutlich dann hätten wir auch auf der Ebene wenn wir hier nochmal gucken ähm, dann wäre das tiefere Tief äh, das höhere Tiefgeschichte dann wäre das Dreikiergeschichte das heißt, er hätte nach unten erstmal schöne, schöne Fahrt, schöne Kante und könnte sich nach unten richtig ausladen und das kann im Extrem sogar bis hier unten auf die 200-Tage-Linie zurückführen ja, also wenn der Markt hier unten anfängt zu trenden und sich herausstreckt ähm, kann man sogar bis 1600 das Ding zielen ja, wir haben hier unten so ein Gap da haben wir uns öfters schon mal drüber unterhalten ja, diese 17,1 äh, keine Ahnung was es hier ist 17,1,60 wir haben im Bereich 17,400 hier noch interessante Bereiche wenn der Bereich um 800 kippt kleine Zwischenstationen die dann eben Intraday vielleicht wichtig sind sind dann 27,20 und 650, 6,30 zum Dienstag okay wenn ihr aber seht dass die Bereiche verteidigt werden und der Markt das eben verweigert dieses, dieses dieses Auflösen des Trendfortsetzungsmusters rein in eine dynamische in eine Abwärtstrendausbildung und er bockt hier einfach nur wieder rum und zieht hoch dann 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 hilft es auch nichts den Martin zu beschimpfen oder wild um sich zu schnauben oder stinkig zu sein oder den Markt mit äh, mehr Geld zu bewerfen dass er dann doch endlich das macht was er will nee, der, der holt sich die Kohle dann und die holt er sich dann oben raus ja, und wenn er das so belässt und er verteilt sich das jetzt, zieht hier hoch dann darf man erneut mit 18,200 rechnen und dann geht er auf kurz oder lang auch wieder in die 300 in die 400 zurück das bleibt ja nicht aus das können wir uns auch nicht aussuchen ja aber ähm es ist auch nicht garantiert dass es kommt ja, der Markt hat jetzt seine Option ich stelle sie ihm ich zeige euch die Punkte an denen sich das ableiten lässt das klappt ja aber auch nicht immer zu 100% es klappt sehr oft aber auch nicht immer ja, und das ist eine Orientierung die wir nutzen können ja also das dazu mir ist nur wichtig dass ihr das wirklich versteht ich darf keine Nachrichten hinzuziehen das wäre falsch es wäre es wäre es würde meine Analyse abwerten ja, auch wenn ich oft höre dass meine Analyse schlecht ist weil ich ja sowas nicht mit betrachte aber ähm ne, auf der Ebene auf der wir das machen wäre das tatsächlich nicht richtig weil ich muss absolut neutral gucken was sehe ich in der Bewegung wie sehe ich wie die sich bewegt wie stark sind die Rückläufe wie überschneiden sich die Bewegungswellen ähm um eben zu ermitteln ist das eine Korrektur ist das eine 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 kurze Abschnitt der den Trend unterbricht oder ist das ein Trendwechsel der einen neuen Trend einleitet und das ist es noch nicht das kann es noch werden aber noch ist es das definitiv nicht stand hier es ist ein ganz klares Trendfortsetzungsmuster was noch nach oben ausgebildet werden kann ja heißt aber nicht dass ich unter 17.800 dann an der Logge oder so weil das ein Trendfortsetzungsmuster ist nein das habe ich euch ja auch gesagt ich würde unter 17.800 oder haben wir am Webinar gesagt wir haben am Sonntag noch mal ein Webinar gesagt es kann auch sein dass ich gehabt es kann auch sein dass ich das jetzt durcheinander bringe aber unter 17.800 ist für mich der Markt ja auch abwärtsunorientiert das heißt nicht dass ich 17.97 short gehe ja sondern jeden Tag dem wir unter 17.800 stehen jede Stunde gucke ich mir das an ob sich irgendwo Shortsetups anbieten und wenn sich welche zeigen dann handle ich die aber ich gehe jetzt nicht 17.7.99 sofort Short weil ich gesagt habe unter 17.800 bin ich Short orientiert das mache ich auch nicht naja dann sticht er kurz runter und dreht wieder hoch dann dieses klassische Verteidigen das will ich erst mal sehen das will ich beobachten ja aber hier ist genug Platz um sich dann auch Trades rauszusuchen also unsere Lisa hat man auch im Premium Dienst im Webinar ganz klar gesagt unter 17.800 darf die weiter Shorten weil solange der da oben ist und hier rumhampelt dann sollten wir uns erst mal darauf einstellen dass das erst mal noch ein bisschen anhalten kann und wenn es eben unten nicht aufgelöst kriegen dann löst das Ding wieder nach oben auf dann sucht sich das wieder seinen vorherigen Trend ob wir das wollen oder nicht ja und naja wir gucken dass wir mitkommen und jetzt gucken wir mal genau hin hier wie er mit der 860 umgeht mit der 800 oder ob es sich instant wieder hochdreht weil wie gesagt also dann ist hier ein neues Hoch durchaus ableitbar ja wieder rein in die 17.89 18.000 als erstes dann die 18.1.20 und dann geht es hier darum das neue Hoch wieder drüber zu setzen okay gut also das in dem Sinne dazu Seminar sowas machen wir auch um ein Seminar also wir haben oft ich habe jetzt oft von vielen gehört sie sie wissen noch nicht ob sie sich das zutrauen zum Seminar zu kommen weil sie ja noch gar nicht so viel Ahnung haben und sie haben sich mit sowas noch gar nicht beschäftigt also das darum geht es im Seminar das zu lernen halt also zu gucken wo kommen die ganzen Linien her woher weiß ich wann wie worauf muss ich achten also das was ich für eine Analyse herziehe das bringe ich euch bei jede Linie zu ziehen so wie es gezogen wird zu gucken woher weiß ich wo ich jetzt einen Short setze woher weiß ich wo ich jetzt einen Long setze woher weiß ich wie lange ich den Long laufen lassen kann wo muss ich den Long beenden wo muss ich das mit einem Short machen wann gehe ich also sowas gucken wir uns alles im Seminar an das wird beigebracht damit ihr am Ende von dem Seminar in der Lage seid ohne meins zu tun die Analyse für den nächsten Tag selber zu machen und das machen wir auch immer am Ende des Seminars machen die Teilnehmer die Analyse selber für den nächsten Handelstag aber wir gehen auch alles andere durch ja also Trading Produkte Setups ja wie man sich verhält die ganze Psychologie wie man seine Fehler abgestellt kriegt so diese klassische Scheiße mit der jeder zu kämpfen hat dass man immer dagegen wuchtet dass man immer Angst hat alles verpassen zu müssen und sowas dieses klassische Overtrading auch wo sich viele mit kaputt machen also das gucken wir uns alles an und gebe ich euch das mit an der Hand was mir geholfen hat was anderen geholfen hat die Nachricht habt ihr gesehen aber es ist auch bewusst wirklich für Anfänger auch gedacht auch für Fortgeschrittene die ein bisschen einfach noch ein bisschen was dazu haben wollen um sich irgendwo ein paar Prozent mehr rausholen können zum Jahr ja aber ganz klar Anfänger sind recht herzlich willkommen also dafür ist es da halt um das eben zu lernen damit man eben nicht an solchen Tagen hier tausende Euro verliert weil man es halt verkehrt gemacht hat weil man nicht weiß wie man es richtig macht das ist ja das Schlimmste die meisten verdienen ja die Kohle einfach nur weil sie nicht wissen wie man es richtig macht und da stehen die Seminarkosten ja in keinem Verhältnis zu was manch einer hier runter prügelt ja da hatten letztens auch einen der hat uns geschrieben er hatte ein falsches Produkt gekauft einen falschen Optionsschein gekauft der lief immer weiter ins Minus obwohl der Markt genau die Richtung gehandelt hat wie er und das war fast ich glaube ein mittlerer vierstelliger Betrag da sage ich mir auch also Mensch jetzt mal ein Seminar gehabt sowas wird da alles besprochen halt aber gut ich belasse es dabei wünsche euch viel Erfolg am Dienstag gucken wir mal an wie ihr es sich hier macht und ja ich denke mal den einen oder anderen sehen wir in Frankfurt und E-Mail habt ihr hinten ich mache ja aus wünsche euch viel Erfolg gutes Gelingen wir hören uns morgen wieder macht's hübsch bis dahin tschüss tschüss Vielen Dank.